so halli hallo ihr lieben wir befinden uns in world of warcraft dragonflight wir sind in taldrassos in unserer hauptstadt waldracken auf der dracheninsel oder auf den dracheninseln version von world of warcraft dragonflight ist die version 10.0.2 und wir sind jetzt gerade bei der meinte inspiration die ist hier unten und da nehmen wir die quest in türs fußstapfen die ebenen von onara findet die zweite herausforderung von tür auf den ebenen von onara wir nehmen die fest an mögt fragt ihr euch ob ihr türserfindung würdig seien stellt euch mit mir einer neuen herausforderung sucht meine statue in den ebenen und dann gucken wir mal ebenen von onara ist dort drüben und dann machen wir uns einfach mal auf den flug so hier unten soll es angeblich sein jetzt in den ebenen von onara na noch 500 meter da sehe ich doch schon große fragezeichen zack so statu die ebenen von onara 2 gold 80 silber 90 kupfer und damit ist die quest in türs fußstapfen die ebenen von onara abgeschlossen und dann danke ich euch wieder mal fürs zusehen schaltet gerne auch auf meinen twitch kanal dieser ist verlinkt in meinem youtube kanal und ansonsten lasst gerne ein like und ein abo da das würde mich selber motivieren das würde meinem kanal helfen selbst falls nicht wäre es trotzdem mir ein bedürfnis zu sagen vielen dank fürs zu sehen und wir sehen uns sicherlich beim nächsten video vielen dank tschaui